Siddhasana, auch genannt Siddhasana, ist die Stellung der Vollkommenheit, letztlich identisch mit Siddhasana. Angelina zeigt, wie es geht. Setze dich hin, gib die linke Ferse unter das Perineum oder den Damm oder hinteren Teil der Scheide. Es gibt den rechten Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel oder auf den Unterschenkel oder auf den Oberschenkel, jedenfalls so, dass die rechte Ferse am Schambein ist. Sitze dabei ganz gerade. Das ist Siddhasana, die Stellung, um Vollkommenheit zu erlangen.